Seid ihr herzlich willkommen. Heute ist 3. Dezember und mit diesem Aufnahme schauen wir an, was passiert in den kommenden Tagen und das beleuchte ich astrologisch nach indischen Astrologie. Was ist der Unterschied zwischen unserer westlichen Astrologie und indischen Astrologie? Die westliche Astrologie berechnet die Horoskopen so, dass der Frühlingspunkt in Wider ist. Aber das war etwa vor 2000 Jahren und aktuell befindet sich dieser Frühlingspunkt in der Kreizeichnen Fischen. Und das ist der Unterschied, weil mit diesem Fischenfrühlingspunkt berechnen die Inder ihren Horoskopen. Also wundert euch nicht, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass ein Unterschied gibt. Vor ich erzähle, was ist zum Erwarten in den kommenden Tagen, möchte ich eine Übung zeigen. Das sind die Finger-Yogas. Es ist eine ganz einfache Übung und hilft, dass wir Ruhe finden, hat eine beruhigende Wirkung. Außerdem hilft klare Entscheidungen treffen, klärt sich etwas auf. Wir drücken die Daumen und die Zeigefinger zusammen. Die anderen Finger bleiben gestreckt. Bei Einatmen zusammendrücken, bei Ausatmen etwas loslassen. Ich zeige die Übung. Und diese Finger-Yoga-Übung hat eine beruhigende Wirkung. Und jetzt schauen wir an astrologisch, was passiert in den kommenden Tagen, besonders in der Liebe-Partnerschaft. 4. Dezember ist Neptun im Stillstand. Dann ändert sich die Richtung und bewegt sich Neptun vorwärts bis 1. Juli 2023. Dann wird wieder im Stillstand sein und bewegt sich wieder rückläufig. Neptun bewegt sich aktuell in Zeichen Wassermann, in Luft-Element. Schränkt Leichtigkeit, hilft bei Kommunikation. Wobei bei Neptun-Energie ist es nicht ganz einfach, weil es ist oft undurchschaubar. Kann auch sein, dass jemand erzählt etwas märchenhaft und wir wissen nicht, wo liegt die Wahrheit. Dürfen wir das glauben oder eher nicht, weil Neptun kann auch Enttäuschungen oder Vortäuschungen auch bewirken. Aber was Neptun noch aktiviert, das sind unsere Träume, unsere Vorstellungen. Und hier bei Wassermann Energie wird unsere Fantasie aktiviert. Und das soll ein Ziel sein. Und wenn wir daran glauben, dann wird dieser Traum auch wahr. Mit dieser Vorwärtsbewegung wird Neptun übergehen in Tierkreiszeichen, Fischen, wo auch herrscht und aktiviert dazu unseren Gefühlen. Und kommt etwas in eine fließende Bewegung. Wenn Neptun wieder rückläufig wird nächstes Jahr, dann geht wieder zurück in Zeichen Wassermann. Also bewegt sich im Grenzbereich zwischen Wassermann und zwischen Tierkreiszeichen, Fischen. Hier ist wichtig, wie stellen wir das vor, unserem Zukunft, auch in die liebe Partnerschaft, auch beruflich oder finanziell oder was die Familie oder Freundschaften betrifft. Wenn wir meditieren und haben wir diese klare Vorstellung und wir glauben daran, dann passiert Wunder. Wenn wir daran nicht glauben, dann kann diese Neptun-Energie zum Enttäuschungen führen. Und wie ist das jetzt in die liebe Partnerschaft? Nach indischen Astrologie bewegt sich Mars rückläufig in Tierkreiszeichenen Stier. Und das hat einen Einfluss auf die Männer. Diese Rückläufigkeit kann Vergangenheit sein, aktiviert karmischen Themen oder kann auch Rückzug bedeuten. Und die Stierenergie ist fix. Die Männer möchten etwas festhalten oder sie brauchen Sicherheit und Stabilität. Venus bewegt sich gegenüber in Tierkreiszeichenen Skorpion im Wasserelement, aktiviert bei uns Frauen die Gefühle. Und hier spiegelt sich etwas zwischen Mann und Frau. Venus befindet sich in Gandanda, im Grenzbereich zwischen Wasserelement und Feuerelement, zwischen Skorpion und Schütze. Weil ab 5. Dezember bewegt sich Venus dann im Schütze, kommt die Feuerelemente dazu, aktiviert Bewegung. Und wir Frauen möchten auch etwas in Bewegung setzen. Das kann Ausland sein oder Auslandskontakte, Reisen, allerdings diese Reise kann auch eine inneren Reise auch sein. Eine seelische Verbindung in die Liebe oder Spiritualität. Aber diese Gandanda-Energie löst bei uns Frauen in den kommenden Tagen Unsicherheiten aus. Oder Zweifel, ein Hin- und Hergerissenheit. Wie soll das weitergehen? Und wir sollen auf die Neptun auch achten. Bestimmte Vorstellungen haben daran Glauben und unserem Glauben stärken. Dann geht alles voran. Dabei hilft gerade die Mondbewegung. Nach indischen Berechnung bewegt sich Mond in Tirkreizeichnen wieder. Und es kann Neuanfang sein. Besonders, weil Uranus ist auch im Wider und sorgt für Veränderungen, unerwarteten Ereignisse. Und 5. Dezember erreicht Mond die aufsteigenden karmischen Knoten, aktiviert karmischen Themen und das wird eine neue Richtung sein. Entweder in die Liebe Partnerschaft oder diese Veränderung kann auch beruflich sein. Oder ein Umzug oder eine wichtige Reise. Besonders mit Schützenenergie. Natürlich. Also wir Frauen können mit Bewegung, mit Veränderungen rechnen, kommen Einflüsse von außen, unerwartete Ereignisse. Die Männer dagegen sind etwas bequem und sie wollen etwas festhalten, das Leben genießen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute und alles Liebe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020